Es gibt manchmal sehr besondere Momente auf Konzerten, manchmal sehr schöne besondere Momente, manchmal sehr stressige. Und an einen musste ich mich neulich mal erinnern, und zwar waren wir dann in der Schweiz auf einem Festival und eine Band vor uns hat tierisch überzogen. Und so habe ich mich aufgemacht und wollte nochmal kurz auf Klo gehen. Leider war das Klo sehr weit weg von der Bühne. Und als ich dann so auf dem Klo saß und es mir gemütlich gemacht habe, da ging dann auf einmal das Fersengold-Intro los und ich musste rennen. Ich habe es noch rechtzeitig geschafft, sogar mit hochgezogenen Hosen, aber liebe Leute, das muss man nur einmal erleben.